hallo liebe leute ich kann ja nicht so laut reden ich bin heute hier ein fitnesscenter drinnen so ungefähr schon zehn jahre geschlossen und ich bin zwar vor über 20 jahren aber noch jung war dabei mit matthias hier mal trainieren natürlich umgezogen deswegen alles so aus den augen aus dem sinn und rein zufällig bin ich mal hier wieder vorbeigefahren und was soll ich sagen ich bin reingekommen und das war für mich und matthias eine erinnerung und auch tut mir leid matthias ich muss leider alleine das video drehen weil ich sage ich habe gerade die tür offen dann muss ich mal schnell rein und da willst morgen wird das ding wieder zu sein dann ist es auch Mist deswegen muss ich leider heute mal alleine ein video machen aber nicht so wild erzählen oder ich hoffe es lohnt sich das mal sagen viel spaß beim video alles verwüstet ja mal gucken schöne musikanlage hier zeug noch vorhanden ja komischerweise das auch sicher alles verlassen haben die schnelle und dann ja wie man sieht ist schon ganz ordentlich man könnte sogar noch trainieren und ich war mal früher gewesen mit matthias zusammen vor 15 jahren ja wie gesagt einfach genießen ja das war noch zeiten die umkleide kabinen so hier hinten saßen wir immer und haben uns schön umgezogen ja hier die toiletten einfach für ihren mann die duschen sauna ja ja Vielen Dank. Und die Damenumkleider. Das sind auch die Duschenfreunden. Und die Damenumkleider. 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 Notausgang. Aber schöne Handelsscheiben. Und die Damenumkleider. Herrlich. Das ist was für zu Hause. Schultertraining. Schick, schick. Und die Damenumkleider. 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 Herrlich. Okay, keine Ahnung, was das heißen soll. das war es leider schon wieder leider gibt es nicht mehr zu sehen ich bin schon durch ich hoffe euch hat das video gefallen könnt gerne einen kommentar da lassen ihr könnt auch daumen hochlassen oder da runter doch hoch war natürlich schöner für uns abo da lassen würde uns sogar sehr freuen wenn ihr wollt könnt ihr unten die glocke betätigen könnt ihr jetzt mal sehen wenn wir ein neues video hochladen dass ihr auf dem aktuellen stand seid dann dankeschön fürs zuschalten hoffe diese zeit wieder bestellen sag ich den namen von matthias dankeschön bis bald wir sehen uns